So, hi Freunde, ich bin Rob und ich habe hier so einen Kanal online, YouTube, Dingsbums, seht ihr ja. Und äh, was? Ach so. Ja, und ich habe eine Fahrschule, pass auf, zeige ich euch mal. Ich habe in dieser Fahrschule auch schon Preise gewonnen, wow. Ich habe gedacht, Startup-Preise wären nur was für, für so, weißt du, diese, diese App-Programmierer-Dingsbums, scheinbar auch für uns. Also Videos über, äh, Fahrschule und, und meinen Tag und so, so Daily Vlogs. Und wenn ihr Bock habt, äh, könnt ihr das Ding abonnieren, ich weiß gar nicht, ich glaube da oben irgendwo gibt es jetzt so einen Button. Ähm, ansonsten denkt dran, ich habe euch lieb, passt auf euch auf, wir sehen uns, tschüss.